Ja, willkommen zurück zu Bloodborne the Old Hunters. Wir stehen jetzt hier vor dem nächsten Bosskampf, vor dem richtigen Bosskampf. Uhrenturm. Maria, Fürste Maria, das wird ein harter Brocken. Und zum Aufwärmen hatten wir ja die Kollegen hier hinter uns. Aber das ist im Gegensatz zu dem hier wirklich nur ein Aufwärmenprogramm. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Das war's für heute. 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 Oh! 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 wir gleich. Joa, doch. Können wir machen. Oh Mann, Alter. Ich bin völlig fertig. Dieses Vibe, ne? Also, ne. Oh Gott. So, wo war denn das jetzt? Hier, Himmelsdiff, haben wir dann hochhalten. Machen wir mal. Jo. Mach mal auf deine Schäuptore hier. Wir wollen hinein. Halleluja. Oh, was passiert. Da können wir wahrscheinlich hineintreten. Oh, 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 oh. Bin aber noch völlig fertig. Mal gucken. Wo sind wir denn jetzt? Oh, guck mal. Ich glaube ich. Ja gut, die Lampe haben wir zu glück angemacht da hinten. Hier kommen wir gar nicht wieder zurück. Oh Mann. Na gut. Gut, dann, äh, klätt ich auch mich mal runter. Ich hoffe jetzt mal, hier kommt jetzt nichts schwereres. Ich hab nur noch zwei Fajolen auf der Tasche. Na, ich glaube hier darf ich wohl mal nicht, ne? Wir sollten das mal nicht auf dem Weg halten. Alter. So ein Boss kann ja nichts fertig machen. Und das nicht nur körperlich. Oh Gott. Oh, Bleieckse hier. Scheiß Bleieckse. Die Elixier. Gib ihm mal ein paar Fiolen. Oh, die alte Hütte. Knusperknasperhütte. Oder was ist das da? Was ist das Verrücken? Ja, toll. Mann, oh Mann. Irgendwas, irgendwas. Wer redet? Ach, da. Ja, toll. Gnade. Ja, toll. Da ist einer. Lässt sich nicht anvisieren, ist schon mal gut. Vielleicht will der ja gar nicht. Kämpfen. Na gut, was ist denn das hier überhaupt? Stand das eigentlich, was das war? Ach so, ja gut, wir sind Uhrenturm. Ja gut, aber der ist ja auch nicht da. Na gut. Was kaputt machen können wir, aber sonst... äh, geht hier nicht so viel, wie ich jetzt sehe. Klettern geht nicht. Gut. Oh, was war das? Ach so. Okay, Fischerdorf. Ja. Nächstes neues Gebiet. Das ist ja kein Gebiet, was wir aus dem Hauptspiel kennen, was wir schon mal gesehen haben. Das ist gänzlich neu. Fischerdorf. So, die jetzt in die nächste Lampe, sehr schön. So. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir schon mal einen Schnitt. Der Kampf hat mich ja doch etwas wenig geschlaucht. Und beim nächsten Mal erkunden wir denn das Fischerdorf. Jo, bis dann.